Leute! Ab in den Süden! Ab in den Urlaub! Wie geht das, Junge? Wir feuern die ganze Nacht! Die ganze! Hey! Lahara, danke! Ey, Shit! Heute machen wir was richtig geiles, ja? Nach langer Zeit wieder ein richtig geiles Experiment. Das haben wir damals versucht, aber nicht hinbekommen. Jetzt haben wir es gerade getestet mit einer kleinen Pulle und es hat funktioniert. Tim, danke für deinen Sub. Freund, das ist unser Ziel. Das machen wir heute. Mäht uns durch in der Birne. Aber Freunde, wir werden das nicht so ganz groß machen. Wir versuchen so groß wie es geht. Das ist jetzt ein Zahnpasta-Experiment. Ich würde nicht lange rumzappeln. Oder sollen wir lange rumzappeln? Das wird Zahnpasta geschrieben, Junge. Da schreibt jemand, ihr seid durch in der Birne, stimmt das? Nein, Junge. Das ist in die Hohen. Hallo? Sorgen? Hallo? Oho! Wer hat das? Ich schwöre, wir sind durch in der Birne. Ich glaube, uns fehlt ein paar Substanzen. Ey, komm, wir fangen sofort an! Alle auf Türki! Eigentlich wollen wir alles. Wir wollen wirklich Sicherheit hier vor euch, ne? Was ist das? Ich brauche einen türkischen Namen. Sag mir mal einen. Takam. Takam? Takam. Nein, ich frag den Chat. Ada? Onkel Mahmoud? Onkel Mahmoud! Mahmoud! Onkel Mahmoud! Onkel Mahmoud! Onkel Mahmoud! Oder Chat! Renaydin, Alter, ja? Ey, übrigens jetzt, ne? Oh, Chat! Ich hab ne Überraschung für dich, ne? Was? Morgen. Warum morgen? Aber jetzt nehmen wir das YouTube-Video auf. Morgen? Samstag. Ich schwöre, ich hab ne Überraschung für Johnson. Ja, aber ich hab ne YouTube-Video. Einmal klein! Einmal klein! Bruder, wir müssen uns doch schützen, Junge! Stimmt, Bruder, wir müssen uns auch umziehen, Alter, ja? Bruder, one second. Wo ist der Typ? Ey, Bruder, ich dachte, du bringst das hier rein, ja? Ich dachte, wieso hat er nicht gesagt, wir ziehen's um? Ey, wir fahren klein an, wir testen das mit einer kleinen, äh, Dosierung. Ich dachte, hier ist ein China-Böller drin, ich schwöre. Da wird ein Laborant werden sollen. Klein und dann, Bruder, Freunde. Ey, Freunde, ganz wichtig, macht das nicht nach. Wir sind dafür... Wir sind dafür gemessen, geprüft, alles. Oh, Shit! Wir haben das gerade damit getestet, ne? Also erstmal ne kleine machen wir. Damit wir euch echt mal zeigen, was für ne Reaktion kommen muss. Wir brauchen dafür... ...das hier, ne? Wasser. Wasser? Einfach Wasser. Hier kommt so ein bisschen rein, hier kommt ungefähr bis hier alles rein. Oh mein Gott, Bruder, Alter. Und das kann wirklich schluss in die Brude fliegen. Ich schwöre, ich bin gespannt, ja? Was? Okay, reicht's, reicht's, reicht's! Ey, übrigens, Chat. Jeder, der uns heute auf Instagram folgt, hat am Ende des Streams die Chance, Geld zu gewinnen. Geh jetzt Sammy helfen, warum? Der muss nur einen Wasserkocher anmachen, Junge, ja? Okay, ey, jetzt haben wir Wasser, Jordan. Was brauchen wir als nächstes? Katalysator. Ich schwöre, wir basteln uns jetzt einen Katalysator. Weißt du, wann wir... Das ist ein Labor... Ey, das gehört nicht uns, Bruder. Das ist Laborsprache, ja? Dann, was weiß ich, pack was anderes drauf, Junge, ja? Ich weiß, was... Das ist drauf, Wacke. Boah, ich schwöre, ey, wir brauchen dafür nur trockene Hefe. Viel zu wenig, Chat. Wir werden erstmal klein anfangen. Wir zeigen euch alles. Und danach machen wir groß. Wir wollen erstmal gucken, wie das hier funktioniert. Wir haben ja reichlich eingekoppt. Also, unser Ziel ist jetzt, bisschen in die Decke hochfliegen zu lassen. Oha, Jimmy. So, ihr braucht bisschen trockene Hefe mit heißem Wasser und das nennt sich Katalysator. Ich schwöre. Boah, wir brauchen noch Spülmittel. Wir haben keinen Sinn mehr, Junge! Ja, wenn das klappt, ne? Ich schwöre, ihr nennt mich alle Nils Armstrong. Ihr nennt mich alle Nils Armstrong. So, jetzt rührt mal das. So eine bestimmte Masse. Elefanten-Zapper! Ja, kommt Spülmittel rein? Ich schwöre, wir haben Video studiert, Freunde, ne? Pack das mal rein, so dass da auf jeden Fall schon entsteht. Ja, und ein bisschen... Boah, wenn das klappt, Freunde, ne? Ist das fertig? Nein. Nein? Es müssen keine Klumpen entstehen. Dann dürfen keine Klumpen entstehen, hat mein Chef gesagt. Wie ist der Chef genau? Spaß, Junge! Ich hab doch Spaß gemacht, Freunde. Ey! Das ist ja 100 Zaps, wenn du trinkst. Schwöre! Schwöre 100 Zaps! Hör auf, wenn du das trinkst, Alter, du bist... Ich schwöre, dann bist du wirklich so, wie du bist, ne? Okay. Tut mir leid. Okay. Zwei, eins. Thomas Müller. Okay. Okay. Bitte, bitte, klapp. Bitte, klapp. Du hast gleich so wenig Wasser rein getan. Bitte, klapp. Ja, aber es funktioniert! Es funktioniert! Ja, aber da kommt immer mehr, ja? Was hast du gemacht? Da kommt immer mehr! Warum hat das gerade so krass funktioniert? Mein... Aber warum hat das gerade so gut funktioniert, Junge, ja? Junge, ja? Ich weiß, wir fangen sofort mit dem großen. Entweder es kommt oder nicht, ja? Wir zappeln! Wir zappeln! Wir zappeln! Pack dich mal weg! Das? Ja? Wieder mit meinen Händen oder was? Mit irgendwas anderem? Du kannst doch eben tausend Sachen anfassen, ja? Ey, wir machen jetzt richtig, Freunde. Ey, ich schwöre, auf meinen Instagram Story, ich hab's sogar gepostet. Es hat wirklich funktioniert. Mach's wieder, Junge. Nimm doch irgendeine Tüte und pack den... Junge, 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 Junge. Du, du scheiß Sonderschüler, ja? Oh mein Gott, ich hab's angefasst, Will. Oh mein Gott! Ich schwöre, ich hab's angefasst, Jordan, ja? Pass auf, jetzt darf ich mich deine Hand drehen. Okay, das heißt hier kommt... Wir brauchen erst mal ein Spül hier rein? Haben wir noch ein Spül rein? Ich glaube, wir waren... Ich hab gerade soweit zu viel Spül für lesen, bzw. ihr müsst es schlau überlegen, Chat, ja? Wir brauchen wieder so ein Eimer. Wir wollen ein Eimer? Hier machen wir jetzt Hefe rein, ja. Ich schwöre auf alles. Wir packen einfach alles rein. Wie viel Liter ist da drin? Ein Liter. Reicht, oder? Oh, das ist heiß. Ey, Chad, wir müssen jetzt die ganze Hefe da reinmachen, ja. Ich schwöre auf alles. Ich wünsche mir einfach Glück. Ich schwöre, ich hab gar keine Zähne mehr, Alter. Ey, mein Nacken. Ich schwöre meinen Nacken, Sammy. Ich schwöre meinen Nacken, Alter, ja. Wie denn? Wie denn? Du musst doch meine Zähne aufmachen, Alter, ja. Oh Gott, guck mal, wie viel Hefe. Wenn das nicht gegen die Dinge platzt, ne. Ey, wenn das jetzt nicht klappt, dann ich schwöre, dann weich auch nicht mehr, ja. Okay, ey. Boah, ich hab doch keine Zähne, Bruder, ja. Alter, pack du rein, ich rüh das dabei. Ja, sehr gut. Ey, mein Nacken. Was? Die sagen alle, wir brauchen Öl. Nein, Bruder. Ich schwöre, leg mal hier drauf. Öl. Charlie und die Schokoladenfabrik, ja. Noch mehr, sagst du? Mach das jetzt nicht voll? Nee. Oder weißt du, viele Packungen wir noch haben, Bruder? Wenn, dann geht das Gerät heute an die Decke, ja. Hol uns doch mal auf Instagram. Ey, du sollst nicht mehr viele Packungen. Noch ein paar Packungen und dann packen wir das da rein. Und entweder wir haben Glück oder nicht, ja. Wünsch uns mal, drück uns mal die Daumen, Junge, ja. Ja, wo ist die Gabel jetzt, ja? Achso. Ich schwöre, dieser Bulle wird dann wirklich doof, Alter, ja. Ja, mach auf meine Hand, mach scheiß drauf, ich schwöre, scheiße. Ich schwöre, ich glaub, das reicht sogar. Nein. Ach, kkkk. Bayu, ich hab Hilfe im Mund. Ist das gesund? Oder nicht, Shit? Das kann wie ne Rakete hochgeschossen, aber ich glaub, du hast du viel Wasser reingeknackt. Nein, Basta ist gut. Ey, ich hab Schmerz. Ey, hast du Basta noch mal heute gemacht? Ja, 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 ja. Ich will sagen, wir machen noch zwei Pakete. Wie machen wir das? Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch vier. Ja? Alles oder nichts, ja? Alles oder nichts, ja? Okay, alles oder nichts, ja? Alles oder nichts, ja? Ich schwöre, du nimmst die Tüte drauf. Ich hab damit nichts zu tun, Alter. Alles oder nichts, ja? Ey, Junge! Basta! Hör doch auf, Bruder! Ich mach damit Brot morgen. Ey, Chat, ich will nix sagen, ne? Das hier ist das letzte Paket. Okay, wenn's jetzt nicht klappt, Freunde... Unser P5 im Auge! Wenn's jetzt nicht klappt, ist das alles Kortenschutt, ne? Guck mal, in 10 Sekunden, Chat, dann hab ich viel Paket, die Hilfe alle reinzumachen. Oder was glaubt ihr, wie viele Sekunden brauch ich? Los! Ich will der Kämpf gegen dich selber, ja? Was machst du da? Bruder, hör ab. Ich schwöre... Ich schwöre... 10 Sekunden! 10 Sekunden! Ey, wenn das nicht klappt, ich schwöre, das ist der größte Reifahr unseres Lebens, ne? Jetzt brauche ich nur 5 Sekunden. Ausflitze... Okay... Okay... Komm doch raus, Mann! Ey, ich krieg den nicht auf, ja? Ja! 2 Sekunden, Chat! 2 Sekunden! 2 Sekunden! Guck mal, die Farbe ab, guck mal, die Farbe... Come on! Mein Name ist Nils Armstrong, ich liebe euch! Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein! 3... 2... 1... Mach, mach, mach! 4... 3... 4... 5... 5... 5... Was ist das? Ey, Junge, Bruder, Herr Kopf, Alter, ja. Wollte ich nur auf Els? Ich hole ein Experimentler hin, ich mach das nochmal. Ich schwöre, ich mach das nochmal, das soll meine Decke abbrennen. Ich schwöre, die Stühle soll brennen. Du bist da! Ey, ich schwöre, das hat eigentlich funktioniert in der Toilette. Ich war auf meine Mutter. Wir haben es doch vorhin getestet, ja. Wir brauchen auch eine Krammerzahn. Wir machen es auf unsere eigene Eier, als ob wir Albert einstellen werden. Ey, ich hab noch nie so viele Els gesehen. Ja komm, schreib doch mal Els!